Ich heiße Karamba Djabi, bin Bundestagsabgeordneter seit 2013. Ich bin in Senegal geboren, 1961, und hatte dann während des Studiums dort die Gelegenheit gehabt, in die DDR zu kommen und hier zu studieren. Ah ja, das war bei mir im Ständenwohnheim, und da haben wir uns natürlich immer wieder getroffen, da hat man Besucher gehabt. Das war dieses Wohnheim hier beim Bergweg 1 und Zimmer 804. Ich habe mich nicht am Rand beobachtet, aus Angst und aus Neugier, was passiert denn jetzt? Und bin dann nach Hause gegangen, habe mit anderen Studenten gesprochen, die Angst hatten, rauszugehen. Viele Studenten haben mich dann gefragt, na und? Und was ist neu? Und wie geht es weiter? Und da haben sie gesagt, die sind das Volk. Was ist denn mit uns? Sind wir auch das Volk? Die kennen uns ja nicht. Hm. Werden sie uns dann nach Hause schicken? Die kennen uns ja nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020